In diesem Video möchte ich mal wieder über das Helium-Netzwerk sprechen. Es ist nämlich schon lange her, dass ich darüber ein Video gemacht habe. Ich möchte in diesem Video aufschlüsseln, was denn Helium genau ist, wie es funktioniert, ob es sich noch lohnt, den HNT-Token abzubauen und ob es zu guter Letzt auch eine gute Investition ist. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesen Informationen. Bevor ich aber nun mit diesem Video beginne, hier noch ein kurzer Hinweis auf meinen letzten Wochenbericht. In diesem Bericht stelle ich dir nämlich drei interessante Kryptowährungen mit Potential vor. Ebenso stelle ich dir eine Reihe von Beispielportfolios vor, basierend auf den Kryptobereichen, die im nächsten Bullenmarkt besonders ansteigen werden. In diesem Bericht findest du den fünften von insgesamt zehn Teilen. Außerdem habe ich noch eine detaillierte Analyse über den derzeitigen Stand von Polkadot gemacht und was uns noch erwarten wird. Ebenso spreche ich auch über ein Projekt, das wie ich finde bärenmarktfest ist. Zudem startet bald ein Projekt, mit dem du gute Gewinne machen kannst. Das solltest du dir wirklich nicht entgehen lassen, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Helium-Netzwerk für all die Leute, die damit noch nicht so viel am Hut hatten, das betitelt sich selbst als The People Network. Das liegt eben daran, dass sich das Helium-Netzwerk bei seinem Staat ausschließlich auf Menschen verlassen hat, um das Netzwerk zu sichern. Bei Helium wird das mit speziellen Geräten, den sogenannten Hotspots, bewerkstelligt. Helium verwendet einen neuen Algorithmus namens Proof of Coverage, um das Helium-Netzwerk über diese Geräte zu sichern. Hotspots haben einen vielseitigen Nutzen, auf den ich später noch genauer eingehen werde, aber aufgrund zahlreicher Veränderungen und Herausforderungen im Helium-Netzwerk sind sie nicht mehr in der Lage, das zu behaupten, wie ich finde. Mit der Einführung von Proof of Stake-Validatoren für die HNT-Token hat Helium einen völlig neuen Gatekeeper für das Wachstum seines Netzwerks eingeführt. Durch das Decken von Helium wurden die Nutzer zu Validatoren und lösten sich von der rein menschlichen Proof of Coverage-Konsensierung. Helium und die selbsternannte Decentralized Wireless Alliance stehen am Ruder dieses Schiffes und als Mehrheitseigentümer lag es in ihrem Interesse, Validatoren zu schaffen. Lass mich aber nun mal dazu kommen, wie Helium denn funktioniert. Die Proof of Coverage-Methode des Helium-Netzwerks nutzt nämlich die bestehende Funktechnologie namens LongFi. Diese LongFi-Technologie hat zur Entwicklung von Long-Range Wide Area Networks geführt. Abgekürzt wird das LoRaWAN, ich werde auch bevorzugt diese Abkürzung benutzen. Und mit bis zu einer 100-fachen Reichweite deiner WiFi-Verbindung ist es auch möglich, diese Long-Range-Sensoren im öffentlichen Netzwerk eines Telekommunikationsanbieters und in einem privaten LoRaWAN-Netz einzusetzen. LoRaWAN ist eine fantastische Technologie, wie ich finde. Helium war das erste Unternehmen, das die Möglichkeiten der Blockchain erkannte, die diese Technologie bieten könnte. Nachdem sie diese Software dann entwickelt hatten, begann sie mit der Herstellung von diesen Hotspot-Geräten, die LoRaWAN nutzen und den Konsens für die Aktualisierung der Helium-Blockchain erzeugen. Zum Start des Netzwerks hat Helium diese Hotspots praktisch verschenkt. Heute kostet ein Hotspot zwischen 300 und 6000 Dollar. Der Haken an der ganzen Sache war aber, dass diese Hotspots so funktionieren, dass ohne einen zweiten Hotspot, der mit dem ersten Hotspot kommuniziert, riesige Konsensverdienstmöglichkeiten verpasst werden würden. Wenn du jetzt also einen Hotspot kaufen und ihn anschließen würdest, würdest du wenig bis gar nichts damit verdienen, wenn kein anderer Hotspot in Reichweite wäre. Das liegt eben daran, dass das Hotspot-Empfänger mit geringer Reichweite sind, die über ein Netzwerk arbeiten, das eben nicht ein Internetanbieter ist. Zwar ist eine Internetverbindung erforderlich, aber das Helium-Netzwerk arbeitet mit einer völlig anderen Bandbreite. Es gibt also keine Überschneidungen zwischen den beiden. Seit dem Start von Helium haben sich über 964.000 Miner, wie du links sehen kannst, im Netzwerk registriert. Aber das bedeutet nicht, dass so viele Hotspots aktiv sind. Obwohl das Netzwerk im Vergleich zu vielen anderen groß ist, reicht es bei weitem nicht aus, um allzu nützlich zu sein, da der Großteil auf Großstädte beschränkt ist. Helium hat sich aber in einigen Nischenmärkten als recht vielversprechend erwiesen. Einer davon ist zum Beispiel die Messung und Weitergabe von Informationen über die Luftqualität in einem großen Gebiet. Andere Anwendungsfälle wie Agrarnetzwerke und Geräte über das Internet der Dinge haben sich dem Helium-Netzwerk aber bisher noch entzogen, das soll aber noch kommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es sich noch lohnt, Helium-Mining zu betreiben. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die schon lange aktiv diese Hotspots nutzen und jeder hat mir eigentlich die gleiche Antwort gegeben. Es ist scheinbar so, dass jeder, der Helium abbauen möchte, den Zug bereits verpasst hat. Das heißt nicht, dass du keine Helium-Toggen abbauen kannst, wenn du das möchtest. Es ist nur so, dass die Belohnungen so stark gesunken sind und die benötigte Hardware so lächerlich überteilt ist, dass es fast unmöglich ist, derzeit eine Rendite zu erzielen. Selbst wenn du 100 Hotspots kaufst und sie in der ganzen Stadt in verschiedenen Geschäften verteilst, würde jeder Einzelne nur ein paar Dollar pro Monat einbringen, was kaum die Betriebskosten deckt, die man natürlich auch noch mitbedenken muss. Ganz zu schweigen von den Kosten für den Hotspot selbst, die wie ich schon erwähnt habe, auch einiges kosten können. An dieser Stelle möchte ich aber sagen, dass ich nur das wiedergebe, was ich anhand der Gespräche in Erfahrung bringen konnte. Selbst habe ich das bisher noch nicht getestet. Wenn du selbst Mining betreibst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du deine Erfahrungen in den Kommentaren teilst. Ein weiterer Grund, der mir zugetragen wurde, weshalb es sich nicht lohnt Helium zu meinen, ist die Art und Weise, wie die Helium-Belohnungen und die Hardware strukturiert sind. Die Block-Belohnungen an Helium-Hotspots sind nämlich in drei separate Belohnungen aufgeteilt. Die größte dieser Belohnungen wird nach dem Zufallsprinzip vergeben und nur an Hotspots, die schon eine längere Zeit aktiv sind. Und wenn es um die Hotspot-Mining-Hardware geht, musst du scheinbar ständig nachrüsten, um mitzuhalten. Helium hat in seinem ersten Jahr nämlich viermal auf neue Hardware aufgerüstet. Das heißt, wenn du im Jahr 2021 500 Dollar für einen Hotspot-Miner ausgegeben hast, ist er für das aktuelle Netzwerk praktisch wertlos. Jedes neue Hardware-Update verdrängt nämlich die aktuelle Mining-Hardware. Also wenn das wahr ist, dann ist das ein Spiel, das ich persönlich nicht spielen wollen würde und das die Helium-Hotspot-Besitzer auf die harte Tour lernen mussten. Ist aber wenigstens die Kryptowährung, also der HNT-Coin, eine gute Investition? Ich denke, dass die Technologie hinter dem Helium-Netzwerk nicht so schnell verschwinden wird. Aber der HNT-Coin könnte keine so gute Investition sein, wenn man bedenkt, dass derzeit mehr Nutzer das Mining von Helium eingestellt haben, als derzeit aktiv den Coin schürfen. Ich frage mich jedoch, ob sich das ändern würde, wenn der Preis erneut deutlich ansteigen würde. Ebenso wurde Helium dabei erwischt, wie es die Hauptnutzer des Netzwerks belogen hat. Von Anfang an wurde nämlich behauptet, Helium sei ein wichtiger Partner von Lime-Scooter und Salesforce. In diesem Jahr hat sich aber herausgestellt, dass sie das nicht sind. Ich mag sowas generell nicht und weiß auch nicht, was sich davon halten soll. Das Helium-Netzwerk ist auch nicht das, wofür es alle halten, vor allem wenn es um die technologischen Grenzen und den praktischen Nutzen geht. Die Einführung eines neuen Mobile Tokens, über den ich jetzt nicht gesprochen habe in diesem Video, könnte auch nur zeigen, wie verzweifelt dieses Projekt ist, um zahlungsfähig zu bleiben. Eine Sache, an der sie auch unbedingt arbeiten müssten, wäre eine nachhaltigere Hardware. Die behindert nämlich das Wachstum von Helium-Massiv. Zudem werden auch immer noch Mining-Belohnungen von Hackern gestohlen, die den Standort eines Miners vorgaukeln, indem sie Standortinformationen fälschen. Zu guter Letzt zählt natürlich nur das, was du selbst recherchiert hast. Ob du dann letztendlich investierst oder Mining betreibst, lass es dir dann überlassen. Das hier ist alles keine Anlageberatung. Bitte mach immer deine eigenen Recherchen, bevor du in irgendein Projekt investierst oder Coins abbaust. Aber jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hältst du denn davon und wie viel Erfahrung hast du denn mit dem Schürfen der Coins gemacht? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren. Ich hoffe jedenfalls, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Mach's gut!